Ich möchte einfach für mich persönlich mein erstes Töcher machen, also das ist groß für mich persönlich. Also das ist meine Motivation. Was immer es braucht, um mich hin zu kriegen, wo ich hin will, das würde ich machen. Ein der besten Profis, Receiver zu sein, in einer Firma. Aber in der Endeffektion, die Arbeit immer gewinnen. Talent wird nicht da, wenn du nicht arbeiten kannst. Talent wird nicht da, wenn du keinen Herz hast. Talent ist nichts, wenn du keine Guts hast. Diejenigen, die hunnigermaßen zu erreichen, werden immer da, bevor der Talent hat. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020